italien also nicht so tief landinneren land einwärts italien so nämlich das ist nicht sehr toll so Tempomat auf 85 gestellt passt das passt das passt erstmal weiter nach oben fahren so sieht das ganze nämlich aus 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 So, Richtung Room müssen wir. Ich bleib mal auf dieser Spur. Ich möchte schon die nächste Ausfahrt dann kommen, wo ich nehmen muss. Eine Mautstation wieder mal. So, das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Boah, es hat gerade so gereist, dann wirklich gerade so. Ok. 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 Room Note. Ich muss nicht aber nach Rom, sondern nach Vescala, heißt es. Scheiße, ich bin falsch gefahren. Nein. Ich bin falsch gefahren. Ich muss nicht nach Rom, jetzt habe ich ihn wieder gemacht. Das ist meine Schuld gewesen. Ich bin falsch gefahren. Ich muss jetzt einmal durch Rom durchfahren. Ich muss jetzt die Map anschauen. Ne, das muss ich gar nicht. Nämlich wenn ich da so fahre. Perfekt. Oh, das nehme ich auf meine Kappe. Nehme ich Sosa auf meine Kappe. Ich bin falsch gefahren. Na komm. Und direkt wieder runter. Ich bin falsch gefahren. So, viel einfacher. Ist ein bisschen deutlich einfacher. So. Erstmal anhupen. Ich bin falsch gefahren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn die das schon groß können, dann kann ich das auch. So. Dann geht's. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja ist ja gut Habt ihr gedacht ich fahr da mit 30 runter Bis ich meinen 14 Tonnen Aufleger wieder in Fahrt habe, braucht das ein bisschen Bis gar nicht, wie man es ausspricht Ich habe keine Ahnung Okay Okay Bis so Ups, den habe ich nicht gesehen War auch mein Fehler, ich habe keinen Vortritt Das ist ein bisschen bitter gewesen Aber keine Strafe, die zaut Okay Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, hochwertige Frachten, irgendwie. Bist du da hoch, meine Güte, nee, nee, lass mal sein. Äh, können wir teilen, ne neue? Das, okay, Aufträge gibt es sonst noch, neue, ich weiß nämlich, da, noch paar Mal dazu, darüber, äh, nee, das brauch ich ja gar nicht, du, ich Idiot. Ich brauch noch diese Aufträge. Darüber. Na, was werden wir dann in der nächsten Folge sehen, wo es lang geht? Das heißt, erstmal noch speichern. Das ist da drauf bei, dann. Dann, na und rein Leute, bis zum nächsten Mal und ich hab meine Analyse vorbei, bis dann. Weil wir jetzt noch mal rein geben. Oh, was ist mein Analyse vorbei.